Ganz kurz was sagen, die Leute, die wir einladen, die gucken ja nicht unser Stream, die sind ja selber online. Es wäre viel einfacher, wenn wir, wenn die Leute uns Anfragen schicken könnten und wie sie dann annehmen würden. Wisst ihr, was du meinst? Ja, ich verstehe, was du meinst. Es wäre viel einfacher. Die, die drinnen sind am Talent und die, die... Assalamu alaikum, Leute. Wie geht's euch? Guck mal, er hat es nicht gezeigt, weil er guckt uns ja nicht zu. Ich schaue euch zu, Bruder, ich habe über ihr zweites Handy zugeschaut. Okay, hast du Talent? Ja, natürlich. Bitte. Direkt, oder wie? Ich wollte mich mal vorstellen. Wie sind die nicht bei dir? Ist der einfach Talent? Danke. Wenn wir sagen, du bist weiter, dann stellst du dich vor. Warte, ich schaue mal. Ich schaue mal, ob es so geht. Aber was willst du machen? Was weiß ich, irgendwas tanzen, oder? Okay, tanzt du mal. Ich bin schaue dem Geld. Ich sage, ja, 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 ja. Ja, 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 roh, 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 roh. Ja, ja, roh, 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 roh. Pass, oder? Okay, gehst du bitte raus? Warum? Ist gerade dein Ernst, geh raus einfach. Ja, ich hab doch getanzt, oder nicht? Es ist doch eine Ordnung, hat uns nicht gefallen, Gerot. Gerot. Ja, was ist mit der Bewertung? Nein, du? Gerot, Schrott warst du. Hallo. Okay, du passt. Barello, bevor ich rausgehe, du bist ein Hund. Rauch, Rauch, Rauch. Du bist ein Hund, Mann. Du bist ein Hund, oder? Der einzige Hund ist du, warum redest du so? Ich hab doch nicht so richtig gesagt, ich hab nur Barello angemossen, wenn der ein Hund ist. Mein Hund, mein Hund, wenn der kackt, der sieht ein bisschen besser aus. Geh mal raus, Junge. Da gibt's ein Hund, Alter. Seht ihr, was ich meine? Geh mal raus, Junge. Der macht einfach nur Fitna und labert nur, dieser Hund. Was machst du gerade? TikTok sportlich. Geh mal raus. Zuschauer, abstauben. Was war der? Zuschauer abstauben, er geht nicht raus. Bitte, 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 meldet ihn, dass man ihn sperrt. Geh raus. Okay, halt dich. Aber so macht das keinen Sinn. Lass mich bitte so... Ich bin ja mehr Hund als Menschen. Die alle sagen, so macht keinen Sinn, lass mich das dann fragen. Der geht nicht mal aus. Lass mich das mal. Ich will weiter abstauben. Ja, lass mal.